was geht ab hüter und herzlich willkommen zurück zu destiny 2 wir machen hier weiter wo wir das letzte mal da stehen geblieben sind ich bedanke mich auf jeden fall schon mal für euren support in der letzten folge und ja mal schauen wir weiter abstimmen zu dem thema streams und let's plays können wir dann mal schauen was sich da so ergibt auf jeden fall machen wir jetzt hier weiter an dieser schönen stelle und jetzt müssen wir darauf achten ben da bist eben untergefallen beziehungsweise im letzten let's play jetzt geht es weiter her und ihr könnt mir natürlich gerne über discord oder twitter folgen oder auch natürlich auch über playstation network wie ihr möchtet und ja wenn ihr möchtet könnt ihr auch den kanal eine kleine spende da lassen würde mich freuen muss aber keine pflicht nur mal so als anregung wenn eine darauf bock hat gerne gerne so leider letzte folge war schon ein bisschen leise muss ich sagen aber dieser dieses event hat mir schon ein bisschen zu schaffen gemacht beziehung also nicht zu schaffen sondern ich wollte es unbedingt schaffen und war dann halt ein bisschen im konzentration modus und da wird man halt manchmal leise kennt ihr ja bestimmt auch aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt hier diese drecksäcke die sich unsichtbar machen können sonst können sie nicht sonst können sie nämlich nichts hallo hallo danke ist das hell und dieser wellen gang let's get it on okay warum muss ich in dem spiel immer so viel hüpfen das ist das versteck machen wir das gebiet für den teleport klammern bam okay oh da oben jetzt da unten waffenwechsel oha mal ein bisschen heilen nice 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 der hat natürlich nichts gehabt für uns wie immer okay wir müssen für den scan vorbereiten das war's ich richte einen teleporter ein warte warte mal wo ist meine barke haben die gefallenen auch deine teleporter barke gestohlen sloan muss sich um etwas kümmern sie flucht gerade wie ein seemann wie passend ich würde empfehlen diese barke zu finden ja wie denn simsalabim da bist du okay war ja klar dass das nicht alles war was denn hier was ist das okay ach so das kann ich einsammeln er wartet auch noch sein tod für dich nach einem teleporter barkendieb aus für mich sieht er wie einer aus dann haben wir ihn ja schon oder auch nicht eine kaputte diode jawollski wieder in zelle zurück und wieder kletter action das muss der teleporter barkendieb sein er sieht noch diebischer aus als der erste okay okay ah nehmen wir erstmal das hier noch so jetzt hier weiter wahrscheinlich oh oh ihr jungs regelt das erstmal mit meiner granate ha hatte die besseren argumente schlagkräftiger auf jeden fall okay okay das war's oder nein nein bam Bam. Oha. Oh oh. Oh oh. Du die. Bam. Ja. Oh. Verfluchte Diode. Oh. Boah. War das knapp oder war das knapp? Geh mal zurück zum Verstärkung. Kein Problem. Die 700.000 Gegner hier. Alles gut. Mach mir locker. Oha. Das war echt. Oha. Oha. Oh nein. 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 Ah. Regen. Oh. Heilige Makrele. Und runter. Haha. Das habt ihr gedacht. Da ist der Runterfall. Ne? Nicht nochmal. Oh. Ist ja am Glühen. Aber was ist da mit unseren Armen los? Wir glühen. Okay. We are on fire quasi. Oh. Oh. Neues Ziel. Wieder Einstieg eingeschränkt. Und jetzt? Halte die Teleporter. Okay. Wo sind sie denn? Wie sie fliehen. Von überall kommen sie. Jetzt ist klar. Wow. Wow. Triple nipple. Puh. Wow. 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 ok hinter mir doch hinter mir da kommen wir 60 prozent haben wir schon oh shit man darf auf jeden fall hier nicht in vorzug kommen ach du kacke oh shit oh shit oh shit habt ihr das gesehen du hast sie erledigt diese kompetenz sehr wichtig für die strukturelle stabilität des rings und deinen wegen haben wir jetzt die werkzeuge dafür gerne was die gefallenen auch stehlen wir stehlen es zurück wie haltet ihr das mit den untertiteln soll der da bleiben oder soll er weg weiß ich zu würdigen ich habe mir auch als einer ist nur zuschaut dann kann man kann er wenigstens lesen was so abgeht wissen wenn das ohne ton ist gibt es ja immer wieder was ist nicht schlimm finde es völlig ok aber für die leute will ich dann halt auch einfacher machen einfach zuzusehen und zu lesen warum machten die tier die ledig so hier sind wir das haben wir durch hier können wir zur feldkommandantin hier ist wieder ein event schlechte nachbarschaft würde ich sagen gehen wir erstmal zur sirenenwacht wieder zurück schauen wir mal ob wir das bei der einlösen können oder was überhaupt an neuen sachen jetzt wieder bekommen haben den ganzen stuff ach da ich hab mich schon gewundert hä hallo was hast du schönes hey hey was geht sagt sie hey ähm granatwerfer den nimmer scoutgewehr ist nicht unser scharfschützengewehr auch nicht ich hoffe damit kommst du klar weiß haben wir ja doch ein paar sachen gekommen lagebericht ja der lagebericht ist leck mich nein wir haben es geschafft verehrte dame wir haben es geschafft also diese schiffe werden grüner stuff naja ja ja weiß ich auch so wir haben ein automatikgewehr impulsgewehr auto oh 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 was das automatikgewehr löwenherz jawoll maschinenpistole 45 ist auch gecheckt geil wir bekommen richtig fett stuff was geht also diese schiffe werden sich nicht von selbst reparieren also dein kommentar den kannst du dir langsam an die haare schmieren granatwerfer so gar keine frage granatwerfer 94 ok schrotflinte die ist die kam weg da behalten wir die schrotflinte noch da sonst kann man hier noch was machen details bitte eine granate die in flimmernde solar licht verursacht das innerhalb ok 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 das haben wir ja schon was ist hier geflügelte sonne stellt sich ein gegner in der luft feure waffen ab und wirft granaten während du gleitest das nehmen wir doch gerne morgen wollte politik besuchen und flugziehe ok flammen urteil gib mir einen lagebericht springe während du in der luft bist und das gleiten mit moderner geschwindigkeit und richtungsflügel bewegungsschuh das muss ich mit einem warlock besprechen ok verknüpft mit das ist beschwöre eine lichtquelle die sich das ist natürlich beschwöre eine lichtquelle die sich das ist natürlich beschwöre eine lichtquelle die sich den waffenschaden erholen aber wir bleiben mal lieber der heilbär würde ich mal sagen berichte eine exklusive granate die bonusschaden verursacht wenn sie sich an ihr ziel heftig mal hätte ich gerne eine geheimbasis auf einem trockenen planeten auch war da oben noch was bei der dämmer klinge ah ok ok geflügelte sonne flammen urteil alles klar ok versuche die kombination schau mal schau mal entspann dich entspann dich entspann dich entspann dich entspann dich alles klar komm mal klar komm mal klar 15 minuten das schaffen wir noch zumindest bis dahin zu gehen ups oha das ist nicht schlecht bist geh abhaut, geh einfach abhaut sammeln und weg das war's mit uns das war's mit uns das ging ja relativ flott also ich muss noch mal gucken der marklinge greife einen feind mit dieser nahe kampffähigkeit an um ihn zu verbrennen und explodieren zu lassen morgen wollte projektile suchen im flugziele morgenröte sowas ach man ja klar machen wir beim event noch mit kein thema wollte eigentlich nur die mission machen in ruhe ohne ein event ok gehen wir mal hier weiter also ihr habt bis zu dieser folge noch zeit euch zu äußern ob stream oder let's play und danach werden wir das machen schreibt es einfach in den kommentaren kurz rein ich weiß gacy ist auf jeden fall dafür dass ich let's play und ab und zu streame aber was meinen die anderen denn dazu so interessen halber frage ich ich werde das spiel sowieso suchten das steht fest das tue ich ja jetzt schon und ja schlechte nachbarschaft meine crew sagt wir haben zwei probleme hexen auf einem turmdach die umfug machen und genervte gefallene wen bekämpfen wir erst die gefallenen sie bauen mit brennstoffzellen eine explosive gegenmaßnahme für die schar ganz schlampige arbeit könnte gefährlich werden ok es hagelt hier alles klar entwaffne die gefallenen oh shit alles klärchen alles klärchen ich kriegste unterstützung noch von anderen hütern oder oh shit lauf 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 so oh gott und tschüss ja nice nice 3 noch eine folge komm 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 ersten down nächsten down Auge weg so n dreck wir haben ihre brennstoffzellen die jagen erstmal nichts in die luft oh ich weiß was sie vor hatten explosive leitung zündhütchen gut ich schicke die schar koordinaten genau koordinaten schar wenn wir das optimieren das anpassen das sollte funktionieren alles klar was funktioniert wie nennen wir es den schar disruptor disrupten wir die schar munition leer ja finde die schar hexen was wird mir denn hier angezeigt hm keine ahnung oh wo ist das holen wir uns noch die hexen holen wir uns noch die hexen holen wir uns noch die hexen was mein dir oh das mit den gleiten gefällt mir jetzt viel besser oh oh no ist er hin oh 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 so 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 können wir erstmal gucken wie wir wieder hochkommen so 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 zack na komm schon großer für dich verschwenden wir keine munition mehr waffen wechsel boah war das crazy knapp oder ich habe schon wieder zu spät springen gedrückt das zweite mal hier hoch ekelhaft da müssen wir erstmal duschen gehen kann man hier sich nur wohlfühlen oder so unverständlich wie man hier leben kann okay was ist jetzt los party muck ist am start habt ihr erstmal ein geschenk und habt ihr ausgepackt nein man versteckt das ist hinter sein schild wieder da ist er weg das war schlecht von mir mein gott wie die mir auf den zeiger gehen versteckt ist immer schön hinter sein schild na ja feiner bist du ein feiner er überall rot wir wollen ja weg keine ahnung ist nicht hier glaube ich entlang glaube ich weiß das schon noch einer nur zwei für zwei brauchen wir keine granaten kriegen wir so für die hexen behalte ich mir mein super bereit ab in der gammelhöhle ja ab zur hexenjagd oh shit was denn hier los nimm das und das und das und das okay haben wir uns dann doch nicht für die hexe auf behalten aber das war hier mann in not quasi okay öffne die tür da darf ich mich noch vorher umschauen bevor wir die hexen jagen öffne die tür welche tür die tür ist da offen hat die tür tür öffne die tür die ditt der die tür abgeschlossen als klar kann man ja gehen ok gott nichts auch meine nice ich werde die große auswahl hier lang nein hätte er sein können so und so und unten sind wir und weiter geht's ach so mit dem powerschlag geht es nicht aber mit der kugel schon oh man ey warum immer so viele von euch ich sehe nichts mehr die schar ist auch noch hier die alienköpfe boah meine herren oh green stuff und blau nice so alles klar du bist der beste der welt so okay da hinten sind noch mehr tun wir als ob ich doof wäre schön fein fein weiter geht weiter geht die metzeljagd da habt ihr erstmal was nur zwei nur eine seite meine ich hier scheint auch nichts schönes zu sein die kriegen wir nicht auf und wieder spring spa section mit herren haben mit herren oben ja ach so so wahrscheinlich ich einmal kreis gegangen habe es mir wieder zu schwer gemacht habe es mir wieder zu schwer gemacht okay wir sind im turm glaube ich aber wie kommt mir das hier so bekannt vor aber naja was war das denn jetzt für ein trick eliminiere die hexen zerstöre das projekt und stabilisiere das rig auch hier wo sind denn die hexen ach du scheiße so für die ausdrucksweise aber ja ist doch wahr boah perfekt perfekt und runter interagieren tun wir ja neues ziel zünde die schar zünde den scar des schrubbein ja wie soll ich den entzünden was macht ihr da ich habe das beben bis hierher gespürt stabilisieren nicht versenken ok auf zur hexen jagd wow bam wo seid ihr hexen speist mit meinem schwert kommt ihr hexen war es das schon ist das alles was sie können oh 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 ich verliere ihr leben die nächste hexa am start zack hexenjäger eins zwei drei scharwelle überstehen das ist da gibt es wellen ach du kacke heilige makrele heilige makrele was war das was war das die nächsten hexen fack fack gut regenerieren und panzer und dazu holen der klassiker der war eben noch nicht tot oha oje mini kommt schon jungs und mädels das na jetzt raus ab sind deine homies nicht mehr da ist die große klappe so scharwelle überstand zu 83 prozent was geht da mochte keine spielchen hier mit mir tsch ziel abgeschlossen wort auch mal zeit ach du da ist die mutter aller hexen mutter aller hexen ist am start wir müssen sie töten aber das ist nicht so einfach hey möchte ich da nicht ein kleiner geräusche oh oh hä hä keine ahnung wir leben ja kaum noch sie fast so aus wie neu aber immerhin haben wir den resonator erwischt dann will ich euch mal glauben und nun abenteuer abgeschlossen schlechte nachbarschaft toten und die ist das anders okay das war es auf jeden fall an dieser stelle schauen wir mal wo wir hin müssen wo sie sind wir wir sind hier unten war was verlassen für den weg bitteschön empfohlene power ich hier ist denn noch ein event okay dann machen wir uns auf den weg dahin und dann beende ich jetzt das auch vielen vielen lieben dank auf jeden fall wieder fürs zuschauen ich meine ihr wisst ja wie es läuft und in der videobeschreibung und den kanal info schott da mal rein das würde mich tierisch freuen bis zur nächsten folge haut rein